Der Schriftsteller Simon Rushdie ist in Frankfurt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden. Der 76-Jährige erhält die Auszeichnung wegen seiner Unbeugsamkeit und seiner Lebensbejahung. Zudem bereichere er mit seiner Erzählfreude die Welt. In seiner Dankesrede rief der anglo-indische Autor zur Verteidigung der Meinungsfreiheit auf. Nach der Veröffentlichung der Satanischen Verse 1989 hatte der iranische Führer Ayatollah Khomeini zu Rushdies Ermordung aufgerufen. Für viele Jahre lebte der Autor in ständiger Überwachung.